Nicht mehr lang und dann ist Weihnachten bei mir im Studio. Martin Zagler, der Gründer von Soluto. Herr Zagler, Weihnachten steht quasi vor der Tür. Es ist noch vier, fünf Mal schlafen. Ein eher trauriges Thema bei Weihnachten ist, dass es oft zu Bränden kommt. Was gibt es denn da genau zu beachten? Ja, es gibt um die Weihnachtszeit um circa 600 Brände mehr als normal. Und was sind die Hauptbrandquellen? Klassisch der Christbaum, der Adventkranz und andere Dinge. Und man muss vor allem bei den Löschversuchen dann aufpassen. Also Christbaum ist das Beste, wenn man einen kleinen Feuerlöscher parat hat. Also es hat schon mal den Fall gegeben, da hat jemand einen Kübel Wasser gehabt, hat den auf den Christbaum geschüttet, ein Kübel Wasser, 10 Kilo Wasser. Christbaum ist umgekippt, die Vorhänge haben Feuer gefangen. Also wenn man löscht, müssen es taugliche Mitteln sein. Am besten man deckt es ab mit einer Löschdecke, verwendet einen Feuerlöscher. Aber Wasser ist nicht immer die beste Möglichkeit dazu. Sie sagen bis zu 600 Brände. Ja. Was sind denn die größten Fehler? Also Sie sagen jetzt Weihnachtsbaum ist eine Quelle. Adventskranz, wie sieht es damit aus? Adventskranz ist ähnlich. Das kann man schon mit Wasser löschen. Mitunter kann irgendeine Löschdecke oder eine Decke drüber schmeißen. Was auch noch sehr häufig vorkommt, Weihnachten wird gern Fondue gemacht. Das ist oft ein Topf voll mit Öl, der heiß ist. Wenn das zum Brennen beginnt, bitte nicht mit Wasser löschen. Dann entsteht eine riesige Wasserdampfwolke, die zu Verbrennungen führt. Und zwar in Sekundenschnelle. Also am besten irgendein Tuch, irgendeine Decke drüber schmeißen. Das erstickt die Flammen und damit ist es aus. Was auch noch sehr begehrt ist, sind diese Christbaumkerzen oder diese Christbaumsprühkerzen. Also die, die entzünden sich durch eine chemische Reaktion und an Kübelbereitstellen reinwerfen, die brennen sogar unter Wasser weiter. Also die kann man gar nicht so leicht löschen. Okay, also die besser ganz weg vom Weihnachtsbau und auch ganz weg vom Adventkranz. Ja, unbedingt. Unbedingt. Und ein ganz wichtiger Tipp, bei Bränden mit Öl auf keinen Fall mit Wasser löschen. Nein, immer abdecken. Klassisch, wenn eine Ölpfanne beginnt zu brennen, am besten das Geschirr doch drüber werfen. Auf gar keinen Fall damit zur Abwasch gehen und Wasser drauf lassen. Das führt dann wirklich zu schwersten Verbrennungen. Ein anderes Thema sind zum Beispiel jetzt die Geschenke. Da sind ja jetzt oftmals Batterien drin oder Akkus, weil es einfach viele technische Geschenke gibt. Ist das eine Gefahr, wenn die irgendwie verpackt sind oder dann später? Weniger durch die Verpackung, aber es kommt immer wieder zu Bränden, wenn sich solche Lithium-Ionen-Akkus selbst entzünden. Wie kann man die löschen? Man braucht jede Menge Wasser. Am besten nicht angreifen, die kriegen über 1000 Grad wirklich Kübelwasser drüber. Den nächsten, vielleicht wenn es irgendwie geht, mit einer Decke nehmen, auf den Balkon ins Freie befördern. Aber die sind teilweise unlöschbar. Also da sollte man keine Selbstversuche machen. Vielleicht bringt man es aus dem Haus raus, aber nicht abdecken und einfach die Feuerwehr rufen. Also das sind Feuerlöscher und ähnliche Dinge, wirklich nicht tauglich dafür. Tatsächlich, also die Akkus lassen sich nicht mehr löschen. Nein, die entwickeln so eine Hitze, das ist unglaublich. Die brennen so richtig von innen heraus. Ein bisschen erschreckend ist das Ganze. Wenn ich jetzt einen Christbaum habe und tatsächlich, wenn der schon ein bisschen trockener ist, wenn jetzt der Astfeuer fängt, was tue ich? Ja, vielleicht prinzipiell dazu, wenn Sie jetzt schon ein Christbaum gekauft haben, draußen stehen lassen, im Garten, am Balkon, damit er noch ein bisschen feucht, ein bisschen frisch bleibt. Wenn man ihn herinnen hat, man kann den ganz normal einmal, ich sage, die Kerzen anzünden. Was ich auf gar keinen Fall machen würde, viele sagen einmal, heilige drei Könige, wir zünden noch einmal den Christbaum an und dann brennt da nämlich wirklich der Christbaum. Der ist so dürr, der explodiert manchmal. Hier hilft in Wirklichkeit nur, wenn man einen Feuerlöscher hat, ob klein oder ob groß, und versucht es mit ihm zu löschen. Alles andere schafft man in Wirklichkeit nicht. Also Feuerlöscher wirklich besorgen, kostet nicht viel, parat daneben hinstellen, dann kriegt man alles in den Griff. Also liegen dann unter dem Christbaum nicht nur die Geschenke, sondern auch der Feuerlöscher. Ja, ja, weil es sollte eine schöne Bescherung werden und keine Brandbescherung. Sonst noch irgendwelche Tipps, die Sie geben können? Ja, in Wirklichkeit, man hat ja viele Kerzen, man hat den Adventkranzer, so ist es eine festliche Stimmung. Wenn man das macht, ist ja alles okay. Man kann ja mehrere Kerzen im Wohnbereich anzünden, aber immer, bevor man sich niederlegt, außer Haus geht, einfach auslöschen. Auch Haustiere, Katzen laufen über Tische, können Kerzen umstoßen. Und es ist ja wirklich, sobald man, wie gesagt, Feuer nicht im Griff hat, wenn man aus dem Zimmer geht, aus dem Haus, hat man mitunter auch ein Thema dann, dass die Versicherung etwas bezahlt, wann etwas passiert. Also da bitte wirklich sorgsam sein und offenes Feuer nicht unbeaufsichtigt lassen. Schon gar nicht, wenn man Kinder und Haustiere hat. Also Kerzen immer unbedingt aus, sobald man den Raum verlässt. Haben Sie denn noch Tipps zum Kochen quasi? Es wird ja auch viel gekocht an Weihnachten. Kann da unter Umständen auch was passieren? Ja, also der klassische Brand in einer Wohnung, in einem Haus, ist der Fettbrand in der Küche. Man gibt halt den Fisch oder was auch immer in der Pfanne, geht einmal kurz raus, packt noch Geschenke ein oder begrüßt Gäste. Das ist ganz wichtig, sowas nicht aus den Augen lassen. Es entzündet sich so schnell. Und wenn es eben passiert ist, wie gesagt, eben mit irgendetwas abdecken, Geschirr durch eine Decke, irgendwas drüber werfen. Aber besser die Küche nicht verlassen, wenn man irgendwie klassisch so eine Pfanne mit zwei, drei Zentimeter Öl hat, irgendwas rausbrät. Also bitte die Küche nicht verlassen. Also die Hauptregeln sind quasi immer dabei bleiben, nicht den Raum verlassen. Öl, ganz, ganz wichtig, nicht mit Wasser löschen. Nein, auf gar keinen Fall. Und Akkus aber schon. Akkus nur, geht nur mit Wasser. Braucht aber so eine große Wassermenge, dass man oft nicht nachkommt. Man leert einen Kübel drüber, man braucht halt schon den nächsten Kübel. Also man braucht da 100, 150 Liter Wasser, um so einen kleineren Akku zu löschen, so einen Lithium-Ionen-Akku, wenn der beginnt zu brennen. Also da, wenn es geht, mit einer Decke raus, aber nicht halt Löschversuche, wenn man es nicht in den Griff kriegt und auch alles verraucht ist, bitte Hauswohnung verlassen, Tür schließen, dass kein Sauerstoff dazu kommt, aber nicht den Helden spielen. Man könnte es wirklich mit gesundheitlichen Problemen bezahlen. Nicht den Helden spielen, ganz wichtig. Und wir sind ja quasi bei Weihnachten dann auch schon fast bei Silvester. Was gibt es denn da zu beachten? Ja, die Silvester-Raketen. Also da hat man oft so kleinere, so Knaller und die werden dann gerne halt im Wohnzimmer gezunden oder irgendwo halt in einem Bereich nahe des Wohngebietes. Das ist bitte auf gar keinen Fall. Wenn man Raketen steigen lässt, das ist im Stadtgebiet sowieso verboten, wirklich immer einen Erwachsenen dabei, haben bitte nicht den Kindern so Knallkörper und Raketen schenken. Auch da kommt es oft zu irrsinnig schweren Brandverletzungen oder Explosionsverletzungen. Also weit weg von Wohngebäuden und nie Kinder, Jugendliche damit unbeaufsichtigt lassen. Vielen lieben Dank für die Tipps. Auf ein sicheres Weihnachten. Ihnen auch schöne Weihnachten. Und wir sind beim Thema des Tages.